Ich lerne Deutsch. Nummer 3857 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich plane meine Zukunft. Dazu schreibe ich alles auf, was mir einfällt. Was ist mit deiner Schulter? Tut sie immer noch weh? Brauchst du ein Schmerzmittel? Was ist mit deiner Schulter? Tut sie immer noch weh? Brauchst du ein Schmerzmittel? Was ist mit deiner Schulter? Tut sie immer noch weh? Brauchst du ein Schmerzmittel? Trinkst du noch etwas Wasser oder möchtest du lieber Tee? Trinkst du noch etwas Wasser oder möchtest du lieber Tee? Laut Stadtplan ist das Hotel ganz in der Nähe. Es wird im nächsten Häuserblock sein. Laut Stadtplan ist das Hotel ganz in der Nähe. Es wird im nächsten Häuserblock sein. Laut Stadtplan ist das Hotel ganz in der Nähe. Es wird im nächsten Häuserblock sein. Warum ist der Kuchen noch nicht fertig? Hast du den Backofen richtig eingestellt? Warum ist der Kuchen noch nicht fertig? Hast du den Backofen richtig eingestellt? Ich messe die Breite der Schultern. Ich messe die Breite der Schultern. Wir haben San Francisco mit einer Drohne fotografiert. Wir haben San Francisco mit einer Drohne fotografiert. Seitepland Rate, was chüren ich für dich habe. Du darfst deine Augen nicht öffnen. Rate, was ich für dich habe. Du darfst deine Augen nicht öffnen. Rate, was ich für dich habe. Du darfst deine Augen nicht öffnen. Wir spielen heute um diesen Pokal. Mein Auto braucht eine Wartung. Den Arbeitsumfang stimme ich mit der Werkstatt ab. Mein Auto braucht eine Wartung. Den Arbeitsumfang stimme ich mit der Werkstatt ab. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Nach der plastischen Operation ist meine Hautpflege viel komplizierter geworden. Nach der plastischen Operation ist meine Hautpflege viel komplizierter geworden. Nach der plastischen Operation ist meine Hautpflege viel komplizierter geworden. Ich hätte das nicht machen sollen. Sobald ich Musik höre, muss ich mich einfach dazu bewegen. Sobald ich Musik höre, muss ich mich einfach dazu bewegen. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Wenn ich mich über etwas aufrege, ist meine Stimme oft weithin zu hören. Wenn ich mich über etwas aufrege, ist meine Stimme oft weithin zu hören. Ich habe mir einen Elektroroller gekauft, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich will noch nicht aufstehen. Ich bin noch müde. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. War es wirklich notwendig, einen neuen Kreisverkehr zu bauen? Es gibt fast keinen Verkehr. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Mit meiner Freundin Christina verstehe ich mich gut. Wir wohnen zusammen in Düsseldorf. Die Elektroinstallation ist hier in Ordnung. Aber es fehlen noch drei Heizkörper. Die Elektroinstallation ist hier in Ordnung. Aber es fehlen noch drei Heizkörper. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Oma hat einen neuen Waggon für meine Holzeisenbahn mitgebracht. Oma hat einen neuen Waggon für meine Holzeisenbahn mitgebracht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. så B chemotherapy зап護zei von Düsseldorf. Alles gut gebracht – die Weltreziehung. Barra. McCh했는데. Vielen Dank.